Das ist der 5 Mile Lake Campground auf dem Weg nach Kino City, etwa 50 Kilometer vor Kino City. Und den schauen wir uns jetzt auch nochmal schnell eben an. Es geht ein Stück weg vom Highway, wie man sieht, wobei das ja auch nicht wirklich ein einzunehmender Highway ist. Also Verkehr haben wir hier noch keinen gesehen. Wir haben ein Auto überholt, entgegengekommen ist uns glaube ich gar keins, oder Andi? So, ein ganzes Stückchen jetzt rein, und hier müssen wir, da ist der Loop, sieht aus nach 2, 4, 6, 8, knapp 20, so ne? Und am Wasser, so wie es ausschaut. Riesenpeil Firewood. Riesenpeil Firewood, genau. Das ist wahrscheinlich Wasser zu sein. Ja, hier kommt der Campground auf. Der sogenannte 5 Mile Lake, würdet man annehmen. 5 Mile Lake sollte das sein, ja. Da sind die Stellplätze. Jetzt ein paar mitten im Wald, zum Beispiel die Nummer 1, und jetzt fahren wir auch direkt an der Nummer 2 vorbei. Mitten im Wald. Hier ist auch mehr oder weniger im Wald. Hier steht auch jemand. Hier haben wir den Road Supply. Ist übrigens ohnehin mal interessant, der Yukon scheint also immer noch das Feuerholz zu supplyen. Hier glitzert es. Hier glitzert es. Da ist das Wasser. Da gehen die Leute hin. Ja, das ist also, hier gibt es die Stellplätze. Direkt hier. Am Wasser. Da muss man nur darüber gehen. Und dann ist man am Wasser. Mh, das duftet gut von Barbecue. Dabei haben wir gerade gegessen. Da ist ganz gut frequentiert tatsächlich der Campground. Ja. Ich glaube, weil der Mh, schon wieder Barbecue. Ja. Keiner Drehung. Keiner Drehung. Haben wir jetzt nicht gesehen. Da steht ein Fraser Way. Und hier ist, glaube ich, auch der Fraser Way. Ja. Das ist auch ein Adventurer. Ja. Das ist schön hier. Ja. Ein schöner Campground. Und das war's. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber es war, glaube ich, knapp 20, ne? 18 Uhr. Ja, wir fahren wieder raus und es geht weiter für uns in Chino City.